Herzlich Willkommen zurück zu TTT, heute mit GoodGaming Dardosch, Darmkart, Gorobai und Botster. Yo! Special Runde! Special Runde! Special! Mit einer lustigen Runde TTT! Erkennst du das nicht? Du hast keine Waffe mehr, Botster! Erkennst du nicht, dass ich jetzt bin? Goro ist es! Nee, 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 das ist einfach... Brandgranate! Ja, auch noch ne Brandgranate! Zwei Brandgranaten liegen! Eine kommt von Dardosch! Oh Gott! Ich hab gar nichts geworfen! Hab ich genau gesehen! Alter! Beschuldige mich nochmal und du stirbst! Dardosch ist es! Krass! Dardosch hält seine Versprechen nicht! Boah, wer macht hier... Wo ist Botster? Wo ist Botster? Dalu, bitte gib mir deine Waffe! Bist du schon tot? Ey Dardosch, was war das? Du hast mir auch Damage gemacht! Knappgeheide! Hallo! Boah, ist das hier auch Damage! Ja, Christi! Ja, es tut mir leid! Hier ist übrigens der Geheimgang auf. Ich hab's da reingeworfen! Links im Regal! Nee! Hier, Dalu hat grad eingekauft! Dalu hat grad eingekauft! Dalu hat grad eingekauft! Dalu? Oh Gott, die Tür da oben! Jaaaa! Ich hatte grad auch ne Mikro! Haha, deine Mikro wurde abgesaugt! Ah, ich bin fast rausgesaugt ey! Dann ist es Nefi! Okay! Du hast nicht gedacht, dass du ne Factory-Renew-Waffe haben wolltest! Werf auf Dalu! Oder auf dich! Warum? Einfach so! Ich hab ne Melone! Ich hab noch mindestens 100 Prop-Kills frei! Ah! Warum?! Ja, aber... Echt, tut mir leid! Es war ein blöder Reflex auf deinen Schuss! Ich hab nicht hingeguckt, wo du geschossen hast, sondern ich hab einfach... Haben wir eigentlich einen Traitor, Goro? Äh... Darf ich gern einen Traitor im 2. Ich glaub es sind zwei! Die anderen Traitor! Aber wir haben ja schon einen Kino gekillt jetzt! Also es kann ja nicht nur so schwierig sein! Da hat ne Granate geschmissen! Der Boy hier! Vielleicht ist es Dardosch! Aber ich hab die gemacht! Dardosch hat vorhin auch schon ne Granate... Dardosch hat auch die Tür aufgemacht! Hier piept was! Wo piept was? Ja, irgendwo hier in der Mitte! Nefias? Oh, Goro hat die Tür zugemacht! Nefias hat die selber zugemacht! Wo ist er? Das ist ja wohl das letzte... Dann duelliert euch! Nefias ist es, Leute! Nefias ist er jetzt tot, oder? Ne! Oh, hier! Bombe, Leute! Bombe! Dann ist es Nefi! Tiff, hier! Ich schneid's durch! Okay, er hat's nicht durchgemacht! Der Sack hat's echt noch geschafft, ey! Klar hab ich's geschafft! Die letzte Sekunde hat er's geschafft! Hast du es jetzt eingesammelt, Granate? Aua! Shit! Grants? Shit! Ich bin raus hier! Ey, ich bin Inno! Jetzt lass dich rein! Ich bin aber nicht Inno! Oh! Was ist das? Da ist doch Dardisch! Er ist es doch auch! Wir haben doch zwei, oder nicht? War der Dardisch und Nefi? War der Dardisch und Nefi? Ist Nefi tot? Ne Nefi tot? Sorry! Was war denn das? Ne, ich! Ist Nefi? Alter! Ne Nefi hat sich selber eingesperrt! Alle haben auch das C4 gemacht! Ja Goro, ist jetzt Nefi tot, oder nicht? Äh, Nils? Ne, Nefi lebt noch! Ähm, ich weiß es nicht! Ich hab keine Quelle! Also ich hab ihn nicht gekickt! Kauf dir doch ein Rad! Aber es muss ja trotzdem Dardisch sein! Ja, wenn du's nicht bist! Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir nur ein oder zwei haben! Ich weiß das auch nicht! Haben wir ein oder zwei? Der ist unten! Der ist unten! Der ist hier unten drin! Ich glaub wir haben dann nur einen, wenn Dardisch jetzt wirklich mehr macht! Dardisch macht ja ehrlich mit, ey! Ja! Das ist ja schon... Lassen wir Dardisch mal vorgehen! Ja! Aua! Oh Gott! Ich sterbe! Goro! Alter! Oh wirklich nur einer! Wir müssen hochschalten, wenn ihr wollt! Soll ich mehr Trader? Ah, einer wäre da! Wie viel Prozent brauchen wir denn? Für zwei vierte? Dreiundunddreißig drei! Oh, das C4 hat ja noch drei Sekunden! Das wird bestimmt noch drei Sekunden! Eine Sekunde laut meiner Anzeige sogar! Oh, nicht nur Gabe! Oh, nicht nur Gabe! Das wird dann ein Crash enden! Oh nein, bevor die Discos kommen! Aber wir hatten ja eh zwei Trader! Ja, gut Gaming! Und Gaming war ja auch mit dabei! Achso, ja! Weißt du, es juckt mich halt so, wenn du mit Nardigle vor mir schießt und ich Nardigle in der Hand habe! Ich hab ja nicht mal in deine Richtung gesehen! Ja, ich weiß! Du hast auch auf niemanden geschossen! Ich weiß nicht! Aber trotzdem war mir das Ding nicht egal! Ich hab ja nur gesehen, aber er hat geschossen! Ich hab ja nur gesehen, aber er hat geschossen! Schub's ihn doch! Stimmt! Ja, jetzt steht er immer noch an der Tür! Das ist doch so geil! Oh Scheiße! Ich seh auch nichts! Ist schon einer gestorben? Ich hoffe, Dardos schießt ihr auf jeden Fall hier, Leute! Da ist ein Blau! Da ist ein Detektiv! Ist Dardos jetzt auch Traitor oder was? Da ist Nils! Hattest du die Setting gemacht oder nicht, weil es nicht gecrashed ist? Äh, ich hab's 33, 3, 4 habe ich gemacht! 33, 3, 4! Okay, müsste eigentlich 2 sein dann! Wer ist das? Nils! Ich will wenn Goro töten wieder! Hier ist er! Hier ist er! Nein, nein, nein! Nimm die Mikro! Wo ist Nils? Warum macht Nils eigentlich... Nils! Oh, jetzt hat er mir Schaden gemacht! Das ist... Gibst du noch Goro? Oh, Goro hat geschossen! Goro hat beim Mond versucht! Goro! Goro hat geschossen! Und Dardos hat auch eskaliert! Auf Goro schieß ich! Er wollte ihn töten! Er schieß noch nicht lange! Und Nils kommt hinterher! Nils schießt! Ja, auf Goro! Grants ist es! Weiß ich, was ich tun soll! Sterben! Hat dadurch auch das Fade gehabt noch! Ja! Wie er Good Gaming erschießt! War eigentlich nicht gesagt! Ja, aber ich hab nix gesehen! Der Hensi mal abgeballert! Ich hab den Schuss auch gesehen! Aber letztendlich will er nicht auf mich verzichten! Aber ich hab dann Dardosch mit nem viel geileren Headshot umgebracht! Ich stand still! Ja! Und so wurde seine ganze Ehre wieder vernichtet, ey! Dardosch! So was darfst du nicht sagen! Das vernetzt ihn doch! Wieso bist du einfach auch Traitor geworden, Goro? Ich weiß es nicht! Ich häng fest! Ich dachte auch, du wolltest mich töten! War eine Granate! Wenn du über eine Granate läufst, hängst du an der fest! Oh oh! Oh shit! Nein, 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 nein! Doro ist es! Der hat das Ding geöffnet! Ich war selber! Ich war selber! Da sind zwei rausgefallen! Beide Traitor! Beide Traitor! Was soll der Scheiß! Na du wollt mich mit dem Pop killen! Nils! Nein! Ja was! Dardosch! Bist du Traitor? Bitte! Oh shit! Hat er doch zugegeben! Alles gut! Alles im grünen Bereich! Er kommt oben wieder rein Leute! Er kommt oben wieder rein! Monster kommt schnell mit! Gibt's nicht! Er will oben wieder rein kommen! Er ist schon tot! Nein! Er hängt doch am Saal! Man hört es doch! Nein! Er hat es echt geschafft! Er hat es echt geschafft! Jetzt ist er tot! Schade! Das wäre so ein Ninja! Das war gar nichts gegen Ninja! Ninja wäre... Wenn es keiner mitbekommen wäre! Aber das wäre so cool gewesen! Da ist ein Friendship noch! Er hätte sich einfach durch eine andere Tür wieder reinhangen müssen! Wer war das denn gar nicht? Und Goro bei dann gekillt! Dann den Fallschirm abgenommen! Du kommst doch an den anderen Türen vorbei! Wenn die offen wären würde das gehen oder nicht? Ja aber die musst du ja noch aktivieren! Wer war denn der nächste zweite Traitor? Wenn sie offen wären! Einfach vorher alle aufmachen! Da doch! Ich hab dich selbst rausgesorgen! Ja ich bin sich raus! Bist du auch raus geflogen? Wir beide? Ne ja ja! Super Aktion von euch! Ich bin dann irgendwie auf dem Rückweg an der anderen Seite vorbeigegangen! Aber irgendwie ist er so stärker gewesen! Als ich ihn in Änderung hatte! Ja! Ich dachte mir dann so scheiß! Und hab dann schnell im Traitor-Shop noch den Grab hingekauft! Was hab ich ja... In der Luft noch! Gehört! In der Luft! Alter! Mikrowellen-Boy! Wer war das? Ich weiß nicht! Ich such dich noch! Goro? Goro! Bo Bo Bye! Du wolltest mich doch... Ja! Hab ich dich echt getroffen? Und du warst auch Traitor du Sack! Na ja Mord! Damit ist nicht... Ach ne FSA Detective! Ich hab Goro getötet! Hab ich dich getroffen? Frag dann noch! Ah! Good Gaming! Er hat versucht den Deagle Headshot zu machen! Ne ich hab dir den Deagle Headshot heute schon gegeben! Als Detective nen Inno zu Deagle Headshotten ist keine Kunst! Ja die Umstände sind da ein bisschen widrig aber trotzdem der Fakt zählt! Hallo! Da! Da! Also wie viel später willst du noch anfangen deinen Maul aufzumachen? Ach du Giftgas! Giftgas! Ah das Giftgas macht nen Inkompatible Door Fehler! Blah! Hey bist du's? Nein! Willst du ein A kaufen? Ja! Eigentlich schon! In's Cockpit! Er hat Cock gesagt! Er hat Pit gesagt! Er hat über Pit geredet! Hey! Gib auf! Lass mich raus! Er hat aufgehängt! Ich dachte ich leb noch! Also du warst schon 5 Minuten tot ey! Lass dich knallen! Rollt die ganze Treppe runter und dann sagt... Da Lu! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Hätte jeder sein können! Viel mehr Delay hätte er gar nicht mehr sein können! Dann hätt schon kein Gift mehr gemacht! Aber was war das denn? Oh mein Gott! Hab ich dich getroffen? Ich dachte wirklich nicht, dass ich die getroffen hätte! Oh nein! Die Inkompatible Door! Ja das ist die Giftgranate! Die müsst ihr ja gleich aufhören! Die ist auch verboten werden! Ich hab mal eine Shotgun bekommen! Und jetzt habt ihr gediscoht! Disco! Disco! Ja ich hab sie! Au! Dingalingaling! Dingalingaling! Hört die mal auch mal auf der Fehler? Die... Bestimmt nicht! Das ist jetzt ne Werbung ey! Für 10 Euro kannst du da deinen Kanal Link posten! Ich stelle das bei ne! 10 Euro ist das ne Überlegung! Bin immer reingespankt! Aber nicht Nils! Was? Hä? Ich seh grad auch die Detektiv-Meldung, dass der Detektiv sich was gekauft hat! Das ist schön! Und du bist Traitor? Das ist wahrscheinlich weil er Traitor ist ja! Ich seh's nicht! Ich auch nicht! Ne! Oder das ist von der... Nicht hauen! Ja! Genau! Das... Das Todesbild! Hätte ich jetzt nochmal gesagt! Das kann nur einer! Das muss irgendwie so fest buggen! Das hing ja hier an der Wand und dann... Oh! Hast gesehen? Das ist wieder schön! Und... Shit! Ey! Wer nicht sterbt ist Dalu, ne? Das muss irgendwo anders mit aktiviert werden! Hält's mal dagegen! Hält's mal dagegen! Leute, wenn ich... Ich hab die Melone! Damit kann ja wohl kein Töten! Wenn ich tot bin, tötet Dalu bitte! Warte! Die Melone ist ideal zum Töten! Ne geht nicht! Oh! Ich hab ein bisschen Schaden genommen! Die Melone ist an meinem Kopf explodiert! Das Bild ist wohl weit geflogen eigentlich! Oder hast du's geworfen? Nein, nein! Wo seid'n ihr alle? Nein! Ich bin hier unten! Hi! Aua! Goro! Oh Gott! Das ist ne heilige! Oder Leute! Wenn ich jetzt tot bin, ist es Dalu! Wo soll' ich hin? Ah ok! Kann sein, dass ihr alle im Teil des Flugzeugs seid, der abgesperrt ist jetzt! Ja! Das kann man aber kaputt hauen! Pass auf! Good Gaming! Pass auf! Geht das auf! Hä? Ist hier ne Traitor? Geh weg! Lauf mir doch nicht in die Sensor! Da ist einer gestorben gerade! Lebt Dalu noch? Der ist gestorben! Das gibt's nicht! Wieso hat Nephi jetzt einen gekillt? Ich hab' keinen gekillt! Ja Nephi ist es doch eh! Der hat doch auch die Fehler-Melodie die ganze Zeit! Der da ist es! Es ist da noch im Fahrstuhl! Da noch im Fahrstuhl! Da noch im Fahrstuhl! Der ist jetzt da im Fahrstuhl! Jetzt auch runtergesprochen! Geh da rein! Geh da rein! Ich hab' ihn! Sehr gut! Ich komm' rein! Pass auf! In der Bärenfalle! Oh Gott! Boah! Dann ist es grenzt! Ich hab ne Jihad! Soll ich die mal zünden? Ne! Aua! Ich hab' ich nicht! Knall' dir nen Kopf, wenn du das machst! Schaffst du das? Klar! Mit der Glocken! Klar schaff' ich das! Ich hab' ne Idee! Nicht du auch noch! Jetzt fahren wir wieder runter! Grenz, wo bist du? Komm mal her! Ich wusste gar nicht, dass das geht! Dann wird nicht geraucht! Boah! Ist das langweilig! Sollen wir die Runde beenden? Hast du denn da für ne Waffe? Nein! Tu's mal lieber nicht! Wir wollen das doch gewinnen, oder? Nein! Oh nein! Schade! Yes! Ich dachte, der wär' vielleicht noch nah genug gerannt! Er ist gestorben! Er ist gestorben! Aber wenn alle gleichzeitig sterben, gewinnen die Traitor! Richtig! Wie hast du die Tür kaputt gemacht, Grenz? Nein, die war auf einmal kaputt irgendwie! Man kann die mit dem Saber kaputt hauen! Man muss nur tausendmal dagegen hauen! Weil ich dachte grad so scheiße! Wie komm ich da jetzt weg? Und dann seh ich, hey, da ist ja gar kein Glas drin! Alter, da muss sich Nephias noch hinrichten, ey! Er war sich noch nicht sicher, welche Gesinnung er anhört! Häng fest! Ich hab' den Fehler immer noch da drinnen oben, ey! Ja! 10 Euro sagte Dalu, also ich bin am überlegen! Giftgranaten, Giftgranate nicht mehr schmeißen! Aber da musst du sie auch werfen, ey! Aber da musst du sie auch kaufen, ey! Die Dau muss ja dermaßen incompatible sein! Ja, aber die ist nicht mit Gas kompatibel! Hier hat einer grad die Dinger aufgemacht, hier das war... Nephias! Und Rache! Hier, die Mikro muss in die... Die Melone muss in die Mikrowelle... Ey, ey, ey! Irgendwann hat mir Schaden gemacht von euch, ihr Schlinger! Ah, Nils hat sogar geschossen danach! Ah ne, das war Bob-Sach! Ja, weil ich hier angeschossen wurde! Das war Bob-Sach! Ach so, das wissen... Da wurde wieder geschossen! Also, Goro, soll ich mich mal rechnen? Goro ist tot! Wegen... Wegen... Okay, dann nicht! Und nur Nephi war da! Ey, Nephi war da! Ey, nicht bitte! Nein, 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 nein Ich weiß, der Mörder ist im Fahrstuhl, der Mörder ist im Fahrstuhl, Leute, der Mörder ist auf jeden Fall im Fahrstuhl. Und im Fahrstuhl ist... Nephi. Auf jeden Fall gerade im Fahrstuhl gewesen. Er klettert da unten durch den Hedge, ja Leute. Ja, was ist da nun? Zalu, sag mal was. Oh mein Gott, was ist geschehen? Ne, ist alles zu. Hallo, was willst du? Ok, der unten wurde geschossen. Vielleicht. GG. Ja, Nephi, das müsste es ja eigentlich sein. Aua. Da ist ne... Nephi nicht, ok. Nein. Ok. Hey, es ist trotzdem dadurch, ok. Lass mich hinwuchen. Nein, er hat ihn noch gekillt. Oh Gott. Good Gaming redet und sagt, oh Gott, obwohl... ... Dadurch ihn confirmed hat. Mikrofon muted. Nephi, kommst du her? Hm? Mikrofon activated. Sauhund. Rosie... Schnau! Mikrofon muted. Den Einer hast du aber gut mitbekommen, den Ersten. Ja, der Erste war, ich hab gerade gesehen, ich denkst du, nein. Äh, 64. Kopfschuss sogar, Good Gaming. Was los? Good Gaming zieht auch nicht schlecht. Ich hab ihm die Runde angegeben, ihr könnt mir nichts sagen. Hast du nicht, du hast als Detective einen Unschuldigen gekehlt. Das ist ja wohl das unehrenhafteste, was ich hier... Aber er hat's gemacht. Weißt du, er sagt auch noch, bleib mal stehen, da Lu. Du, ich bin Detective. Bleib mal bitte stehen. Doch, hier hört ihr das. Ich muss einmal hier diese Digi ausprobieren. Ich glaub, die hat Ladehemmung. Letzte Runde. Last Round, Leute. Dalu hat versucht, mich zu töten. Soll ich dir mal zeigen, wie man wen tötet? Dalu. Hat Dalu gerade Dadosch getötet? Ja, nicht, der lebt noch. Aber wenn ihr ne Leiche von ihm sehen wollt, dann kann ich ihm nachhelfen. Würde ich ganz gerne mal sehen, eigentlich. Na, was macht ihr hier? Was ist das für den Name? Boah! Was war's? Der ist ein Botstar. Ach ne, Botstar ist der. Schade. Ich hättest gedacht, die zum Schluss noch mal Grenz und Dalu. Oh, Nif, wir sind grad getwerkt. Ja, er hat den Feuerlöscher weggetwerkt. Oh, so viele, ey. Da findest du Jalla kommt. Du willst das Trailer. Du kannst mir ja schießen. Ich bin mir 80%ig sicher. Wenn man einmal stehen geblieben ist, oder was? Ich bin mir zu 100% sicher, dass der Trailer ist. Ich hab auf mein Handy geschaut. Ich bin mir zu 100% sicher, dass der Trailer ist. Trailer, Leute! Und er will jetzt den Kindern mir zuerst machen einfach, damit... Da hinten ist übrigens einer... Baby! Alter! Go... Ich hab's doch gesagt. Da war kein Team Headshot, ey. Aber... Triple Baby ist besser als... Auf einmal, weil alle tot! Bis zum nächsten Mal, Leute! Tschüss!